So, sehr geehrte Damen und Herren, hallo liebe Follower, hallo geliebte grauen Zugewandten und natürlich Lieblinge. Das ist die dritte Videodatei, die ich notwehr.cracker.info widme. notwehr.cracker.info So, jetzt haben wir das Ganze ein bisschen eingestellt. Wir besprechen vier Seiten. Ich gehe mal auf Bildschirmübertragung. Jetzt nicht wundern. Moment, das ist hier. Die erste Seite ist seed.cracker.info Ich gehe gleich auf Ziele. Ziele, Ziele. Ziele, Ziele. Moment. Seht, klack.info Da bin ich weiter runter. So, da sind wir daheim. Ziele. Die dritte Macht mit dem Schöpfer. Erstens, synchronisieren mit Seelengeschwistern. Sich erkennen, das ist Geisterkommunikation nötig teilweise. Und da muss man schauen, wie das funktioniert. Dann, zweitens, das Zeichen des Dan Brown Roman. Das gefundene Symbol im Internet wieder zeigen. Das ist triank.cracker.info Das ist das zweite Ziel. Also erstens nochmal, seinen Sehtgeist entdecken. In anderen auch. Und dann fördern eine gute Zeit. Zweitens, das Zeichen mit verbreiten. Es erinnert an den heiligen Geist in Mann und Frau, sowie die Personifikation und dass wir Schöpfer waren. Ich habe geschaffen, die Farbe Gelb mit einer Freundin das erste A gegründet und so weiter und so weiter und so weiter. Ich möchte immer im Doppelwalk was erstellen mittlerweile, weil ich schon viel geschaffen habe. Drittens, die Wahl von NET und BER in der Republik hochhalten. Auf die Seite gehen wir dann. Willkommen. Seit dieser ist dem Leben mehr zuzustreben. Das heißt, es steht alles beschrieben auf der Seite hier. Ja, da kommen wir dann gleich hin. Das ist seth.cracker.info Dann, viertens, da ist es dann nicht mehr ganz so wichtig. Viertens ist One Law fördern. Da ist der Link Lieblingslieder. Das ist das Icon hier. Da gehen wir gleich mal da drüber. Und, ja, was ist zu sagen noch zu der Seite? Dieses Lied hier. Moment. Dieses hier. Das ist sehr zum Beruhigen. Mit den Planeten. Und dann noch ein kurzer Ausschweif auf pro-seth-cracker.info. Das ist auch verlinkt ganz oben. pro-seth.cracker.info Das ist beschwingend mit dem Ritter. Das ist telepathiefördernd mit dem Schmetterling. Das ist mehr dem Frühling zugewandt. Das ist wieder sinieren. Das ist das mit dem Planet von vorhin. Dann, das ist, da wirst du schlau bei. Mit der Musik. Dann, da, das Gottvater 7. Sich mal neidenken in einen Mafiaboss. Und dann haben wir noch diese Musik. Musiktelepathie auch an ziehend. Viel Freude mit pro-seth-cracker.info. Und dann gehe ich rüber auf lieblingslieder.cracker.info. Lieblingslieder.cracker.info. Auch über Lieder-Cracker.info oder eigene Musik-Cracker.info erreichbar. Das sind meine Top 10 Liter, Top 20, sagen wir mal circa. Die kannst du alle durchklicken. Hier hast du einen Link, da gehen 100 Liter auf deinen Speicher. Für das Endgerät. Gratis. Für den MP3-Player, MP3-Dateien. 100 Stück. Hier dieser Link. Dann kommen wir zur Willkommenseite der NET und BER. Ordnung A. Da ist gleich der Link. Das ist eigentlich nur Schmuck, die Seite. Ja, mit ein bisschen Text. Und Ordnung A. Ja. Führt Gebein in meiner Wahrnehmung bei Menschengründung und 10 Mal Körper gewesen, 3 Mal Frau bis Annahme der Personifikation in Ewigkeit. Bei Geist über Materie. Als Geistwesen gelebt. Das ist Ordnung-a.cracker.info. Ordnung-a.cracker.info. Zweiter Satz. Die wahre Geschichte, wie unser zeitgenössischer Yahweh-Körperli von Indianern so gehiesen im 7-Tage-Wuchs der 7-8 Milliarden-Systems die Ewigkeit von bösen Geistern wieder mitgeteilt bekam für ihn. Durch die Wahl in NET und BER zur Republik. Und da schmücke ich das Ganze aus mit Informationen, Sachinformationen, sage ich, UIIU 3 Cracker Info, wie wir versucht haben. Oder wie wir tatsächlich in die 7 Tage der Weltgründung als Meldung erscheinen durch 50 Besuche meines Körpers hier. Bis 500 Besuche waren wir zusammen, die Enkel, die Großvater, die eine Gärte und die Andrease. Und jetzt kommen wir zu seiner Notwehr. Notwehr speziell für meine Geschwister. Ich hieß, was kann Andreas machen? Ganz oben verlinkt. Und da ist erst einmal, du bist grau mit schwarz, zu sagen, excellent, hast eine Majestät, eine graue Majestät, um dich von der Härte der nur Schwarzen ein bisschen abzugrenzen. Hast immer ein bisschen, wäre ein bisschen grau bei, nicht mehr so viel rot, schwarz, wie es mal war, sondern grau. Du bist grau, du hast deine eigenen Mannen, ich habe hier vier. Wir brauchen Messer, Knüppel, Nest ist wichtig, die Einlassung auf die Gemeinde. Eine Frau im Sinn, das sind meine drei Gräfinnen. Und wir sind als Kameraden zu bewerten, auf geht's mit Gott. In diesem Sinne, schau dir dieses Video an. Da sind nochmal wichtige Links beschrieben, Doppeldenkwege, Kleckerinfo, ewig, die Spur kommt bald. Das Zeichen ins Internet einbringen, 30 in der Erde Dimensionen haben wir, sind wir, eine davon. Das Kiesel als Notwehr oder Veto an die Fassade Video. Und das sind die einzelnen Verteidigungsschritte, wie du dich da leicht bis bekömmlich reetablieren kannst. Jetzt kommen wir zu den Maßnahmen. Die stehen hier, ja, die gehst du alle in Ruhe durch. Ja, und die Gesten, die zeige ich dir jetzt nochmal schnell. Und dann sind wir eigentlich schon beim Video durch. So, das ist Hähmann in der Luft. Hähmann auf den Tisch. Hähmann mit dem Daumen. Dann muss ich selber mal schauen wieder. Dann mache ich einen Kreis, wenn es bedeuten soll, in der Zeit ein merkfähigkeitsbemerkenswerter Moment, vielleicht revidierbar, die Situation. Beeinflussbar, später vielleicht, rückwendig. Dann mache ich ein Dreieck für Verhandlungen. Einfach, um sich ein bisschen abzureagieren, aber auch das andere vielleicht so machen. Beschaff dir so einen Vorhang hinter mir und mach so ein Computereck fertig. Das kommt ganz gut an dazu. Versuch einen Tisch anheben, wenn du meinst, derjenige, der dich jetzt gerade betut, hat keinen verdient. Da jungen es ihm nach die Tische. Das Kreuz, ja. Das ist dann das letzte Maßnahme. Also wenn du dich nicht anders abreagieren kannst, dann zeigst du ihm öffentlich, so geht es nicht. Vielleicht wird ja was Helfendes getan. Des Weiteren kann ich über geheime Sachen nicht reden, sonst können wir es nicht so gut machen. Und Gefahrenstellen umgeht man. In dem Sinne, viele Grüße. Gehabt dich wohl. Ich schicke das jetzt um die Welt, damit sie uns gut ist bestellt. Zu 95% soll das Leben sein ein Genuss. Sonst müssen wir was machen. Hosianna. Dennoch, so will ich euch in Erinnerung bleiben. Und nochmal mein Wunsch. Ich wünsche mir immer, wird meinen Kameraden würdevoll Marschmusik hören können als Doppeladler und Buchstabenkollege. Das Buchstabengestell liegt hier aus. Es ist auch auf triank.correcker.info beschrieben. Triank.correcker.info beschrieben. Macht ihr auch so ein Holzbuchstabengestell. Schau was passiert. Das ist das aktuelle Icon. Das habe ich in der Hand. Das aktuelle Item. Haben schon. Vielleicht Magier kopiert. Vielleicht geht das. Vielleicht ist es schon in Aktion. Find's raus. Gute Reise ins Leben. Bis dann. Gute Reise ins Leben. Gute Reise ins Leben. Gute Reise ins Leben. Gute Reise ins Leben. Gute Reise ins Leben.